Liebe Zuschauer, heute stelle ich euch das Spiel der Weiße Hai vor. Der Weiße Hai, in dem Fall das zweite Video, weil es gab sogar schon ein Video auf dem Kanal, wo ich euch das kurz und knackig vorstelle. In dem Fall in Essen bei Ravensburger wurde mir das Spiel in Kürze vorgestellt. Da bekommt ihr auch einen Überblick in diesem Video, jetzt ein bisschen ausführlicher, ein bisschen was die Abläufe eingeht, aber nicht ins Detail. Und auch ohne Gameplay-Sequenz, weil sonst würde es den Rahmen dann doch sprengen, weil doch einiges in dem Spiel steckt. Und auf ein Fazit wollte ich natürlich auch nicht verzichten und das findet ihr natürlich auch am Ende des Videos. Der Weiße Hai ist eines von vielen Spielen, die in Bestand ist, beziehungsweise bekommen werden, weil Ravensburger bringt einige Blockbuster, so nenne ich es jetzt einfach mal, als Spiel raus, auch in Zukunft. Und der Weiße Hai gesellt sich quasi in die Runde dazu. Es ist ein Spiel für zwei bis vier Spiele ab zwölf Jahre und zwölf Jahre spricht nicht unbedingt für ein Familienspiel. Auch wenn man sich die Anleitung anschaut, spricht es auch nicht unbedingt für ein Familienspiel. Aber ich versuche es euch ein bisschen näher zu bringen. Der Alias hat es in dem Fall auch schon ein paar Mal gespielt, etliche Mal gespielt. Und da möchte ich auch ein bisschen was dazu sagen, was die Altersangabe angeht. So, das Spiel verläuft über zwei Akte, die stelle ich euch auch nachher in Kürze vor. Ein Akt in dem Fall spielt in dem Fall auf der Insel. Das heißt, die Spieler haben die Aufgabe, den Weißen Hai zu finden. Der Weiße Hai hat die Aufgabe natürlich hier, Schwimmer zu töten. Also, jeder hat ein bestimmtes Ziel. Auf der Rückseite wird dann der zweite Akt gespielt. Und da befinden sich die Besatzungsmitglieder dann auf dem Schiff, auf dem Boot, wie man es vom Film kennt. Der Weiße Hai versucht in dem Fall, die Besatzungsmitglieder zu töten, beziehungsweise das Boot zum Kendern zu bringen, also zu versenken. Und natürlich die Besatzungsmitglieder versuchen im zweiten Akt, den Hai zu erlegen. So ist es natürlich schon sehr stark am Film natürlich angelehnt. Jetzt schauen wir uns das Ganze an. Ich habe es ein bisschen aufgebaut. Und wenn ihr das jetzt hört, werdet ihr merken, dass es gar nicht so schwer ist. Es hat aber etliche Detailregeln. Was ihr seht, ist auf jeden Fall, dass hier vier Figuren hier auf dem Plan sitzen. Hier ist auch schon mal der Anfang vorgegeben. Und vier Figuren Hai ist unabhängig von der Spieleranzahl. Ihr spielt immer mit allen vier Figuren. Ein Spieler übernimmt die Rolle des Hai. Klar, logischerweise der in dem Fall schwimmt und versucht natürlich Schwimmer zu töten. Und der andere Spieler oder die anderen Spieler übernehmen die drei Besatzungsmitglieder. Was bedeutet, dass wenn ihr zu zweit spielt, einer den Hai spielt und der andere Spieler alle drei Besatzungsmitglieder. Mit mehr Spielern teilt ihr es einfach unter euch auf. Und deswegen liegen auch schon einmal die Pläne hier aus. So ähnlich wie es die Leute in die Art Manieren, deswegen verweise ich, ich hoffe nicht zu oft nochmal auf das Spiel, nimmt sich der Weiße Hai einfach diesen Block und auf diesem Block wird dargestellt, wo er denn überhaupt startet. Auf welcher Position. Das heißt, er gibt entweder die Zahl vor oder in dem Fall den Buchstaben Norden, Süden, Westen oder Osten und trägt es dann hier ein. So. Die anderen Spieler haben ihre Tableaus vor sich und starten hier aus diesen Bereichen, Polizeistation hier unten, und starten hier aus den jeweiligen Bereichen, welche Aktionen sie haben. Das wird hier angegeben. Und damit kann man quasi schon ein Spiel einsteigen und deswegen zeige ich es euch jetzt einfach mal spielerisch, wie das Ganze abläuft. Das heißt, zuerst einmal hat natürlich der Weiße Hai-Spieler seine Startposition angegeben und dann wird eine Ereigniskarte gezogen. Und die Ereigniskarte gibt an, wie viele Schwimmer zu welcher Position dazukommen. Das heißt, Norden, Osten, Osten. So, und dann gibt es hier noch eine Zusatzoption, beziehungsweise das muss man alles durchlesen. Dann wird geguckt, wie viel hat der Weiße Hai, wie viel hat er schon umgebracht an Schwimmer. Ja, in dem Fall sind es natürlich drei oder weniger. Das heißt, es kommen weitere Schwimmer zum Einsatz. Norden, Süden und Westen. Gar nicht so schwer. Dann kommt die Ereigniskarte einfach raus. Jetzt ist der Weiße Hai dran und das ist auch sehr gut gemacht. Der hat nämlich drei Aktionen, bis zu drei Aktionen. Er kann sich ein Feld weit bewegen und er kann einen Schwimmer fressen. Ja, je nachdem, wo er gestartet ist. Er taucht ja nicht auf in dem Fall. Schwimmt er hier entlang in dem Fall. Kann drei Felder schwimmen. Oder, ja, tötet unterwegs in dem Fall den einen oder anderen Schwimmer, was natürlich hier sofort markiert wird. Ja, Aufgabe ist es natürlich, der Besatzungsmitglieder dem hier in dem Fall zwei Fässer anzulegen. Deswegen ist es hier angegeben, ist also noch nicht passiert. Das Besondere ist allerdings, er braucht jetzt seine Position noch nicht gleich preisgeben. Das heißt, wenn er seine drei Züge gemacht hat, kann er sagen, ich habe einen Schwimmer umgebracht im Weststrand. Das heißt, er machte Marke 1 hoch. Die Besatzungsmitglieder wissen also, okay, er war hier. Sie wissen allerdings nicht innerhalb diesen drei Aktionen, wann er hier war. War ja schon am Anfang hier, zum zweiten, zum dritten Zug, ist er vielleicht hier hingeschwommen, hat ihn umgebracht und ist weitergezogen. Das wissen wir nicht. Der Hai hat sich also bewegt, er hat Schwimmer gefressen oder er hat eine seiner Spezialfähigkeiten genutzt. Wenn der Haispieler nichts sagt, dann hat er auch keine Spezialfähigkeit genutzt. Ansonsten sagt er es den Mitspielern. Er muss aber nicht sagen, welche der Spezialfähigkeiten er genutzt hat. Also zum Beispiel er ist im Fressrausch und frisst jetzt alle, die jetzt hier an einer gewissen Position ist. Aber er hat nichts gesagt. Das heißt, die anderen Spieler gehen davon aus, okay, er hat sich bewegt und er hat ja gefressen. Wir müssen also nur noch rauskriegen, wo er jeweils ist. Ja, dann sind die Spieler dran und die, oder der Mitspieler ist dran. Und da müssen natürlich alle drei Charaktere gezogen, das heißt die Aktionen ausgeführt werden. Und das ist aber auch wirklich sehr gut dargestellt hier auch nochmal auf dem Tableau. Und ihr müsst nur darauf achten, dass er die richtige Seite verwendet. Erster Akt, erster, erster, erster. Das ist ganz wichtig für den ersten Bereich. Ja, und jetzt sind natürlich die Figuren dran. Und Aufgabe ist es natürlich, dem Hai in dem Fall ja solche Fässer anzulegen, auf ihn zu werfen. In dem Fall, dass sie auf ihm haften bleiben. Und ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Der Brody, der hat die Möglichkeit hier, der ist ja eher wasserscheu, der bleibt ja hier an Land. Er kann zwar, in dem Fall hat er mehrere Möglichkeiten, er kann sich natürlich ein Feld weit bewegen. Und er hat bis zu vier Aktionen, was übrigens auch auf die anderen Figuren zutrifft. Er kann Schwimmer retten, ganz klar, wenn er sich da hin bewegt, dann rettet er Schwimmer. Er kann aber auch Fässer abliefern, das heißt auf einem der Docks. Da freut sich in dem Fall der Quint für die Fässer. Er kann ein Fernglas verwenden, das heißt er kann einfach natürlich sagen, okay, ich nehme jetzt das Fernglas, vielleicht sehe ich den Hai, der natürlich sich dann melden muss, wenn er dann hier wirklich tatsächlich sein sollte. Oder er kann einfach den Strand schließen. Das heißt, vorher sollten natürlich alle Schwimmer weg sein. Er legt das Chipkärtchen hier hin. Der Schwimmer muss natürlich weg. Legt das Chipkärtchen hier hin. Und hier können erst einmal keine Schwimmer an, ja in dem Fall ans Ufer, beziehungsweise ins Wasser gehen, durch die Karten. Wird es dann wieder angezeigt im späteren Verlauf, wird es einmal gedreht. Und dann steht ja, öffnet in Kürze, wird dann nochmal im Buchstabe hier angezeigt, kommt das Kärtchen dann raus. Also gar nicht so schwer. Der Hooper in dem Fall, man sieht es hier an der blauen Figur, der kann sich, hat auch bis zu vier Aktionen, er kann sich bis zu zwei Felder weit bewegen, also recht schnell hier in dem Fall. Er kann natürlich auch Schwimmer retten, alles hier angegeben. Er kann eine oder alle Fässer einsammeln, gar nicht mal schlecht, wenn nämlich der Bro die dafür sorgt. Dann kann er die nämlich einsammeln und schnell zum Quint bringen. Und ganz klar, er kann Quint alle Fässer übergeben, natürlich auf der gleichen Position. Und natürlich hier Fischfinder verwenden, das heißt einmal pro Runde verwendet er den Marker, legt den hier drauf und sagt dann, lieber Hai, wo bist du? Bist du hier bei mir? Bist du in der Nähe? Oder bist du ganz weit weg? Also nochmal ein Schritt weiter. Also ist er hier in dem Fall, ist er angrenzend, ist es also in der Nähe oder ist er weiter weg? Das sind dann die Außenfelder und das muss natürlich auch der Hai-Spieler deutlich sagen. Auch nicht schwer. Der Quint in dem Fall, der hat mehrere Möglichkeiten, auch hier bis zu vier Aktionen führt er aus. Er kann sich ein Feld weit bewegen, er kann auch Schwimmer retten und er kann auch eine oder alle Fässer einsammeln. Hier steht es auch aus dem Wasser von einem Dock oder von Hoopers Boot. Das Wichtigste ist allerdings, er wirft Fässer in dem Fall, das heißt auf das eigene oder auf das angrenzende Feld. Nehmen wir an, der Hai-Spieler ist hier und das wird geworfen. Dann muss der Hai-Spieler das natürlich sofort sagen. Dann wirft er natürlich ein Fass hinterher und dadurch hat natürlich hier die Mannschaft gewonnen und der Hai-Spieler verloren, weil an dem Hai natürlich zwei Fässer haften. Gelingt es dem Hai in dem Fall aber, die neuen Schwimmer zu fressen oder Schwimmerinnen zu fressen, hat der Hai-Spieler gewonnen und das war wie gesagt der erste Akt, ganz knackig in Kürze für euch dargestellt. Und damit herzlich willkommen zum zweiten Akt. In dem Fall habe ich alles umgedreht, ihr seht hier zweiter Akt. Wir befinden uns hier auf dem Boot in dem Fall, auch die Aktionen haben sich komplett geändert. Ihr dreht quasi jedes Tableau rum und jetzt ist es in dem Fall eine neue Aufgabe. Der Hai in dem Fall versucht natürlich hier alle zu töten, die auf dem Schiff sind. Oder er versucht hier in dem Fall ja das Boot zum Kentern zu bringen, in dem natürlich gewürfelt wird und Teile dann rauskommen. Und hat natürlich hier die Möglichkeit auch das Schiff zum Kentern zu bringen und dann hat der Hai-Spieler auch gewonnen. Es sei denn, die Spieler, die Besatzungsmitglieder, die wieder natürlich gemeinsam agieren gegen den Hai, versuchen den Hai zu töten. Dazu muss man natürlich erst einmal schauen, was im ersten Akt herausgekommen ist. Wie viele, ja, Schwimmer wurden getötet, Schwimmer, Schwimmerinnen wurden getötet. Abhängig von der Anzahl bekommt der Hai-Spieler Spezialkarten, also Spezialfähigkeitskarten, eine gewisse Anzahl und die restlichen kommen dann raus. Gleichzeitig bekommt auch hier, abhängig vom Wert, die Besatzung natürlich zusätzliche Karten, in dem Fall Ausrüstungskarten. Auch da gibt es einige und die werden dann einfach an die vier, an die drei Spieler dann verteilt. Die legt man zur Seite und verteilt es dann an die Spieler. Das schon mal vom Anfang, also schon ein bisschen mehr, was man dann am Anfang machen muss, auch was die Übersichtlichkeit angeht. Und das kriege ich fast gar nicht alles auf die Kamera drauf, damit es klar ist und ersichtlich ist, was denn hier passiert. Weil jeder Spieler natürlich hat hier an Bord natürlich auch einige Waffen. Ganz klar, Nahkampf- und Fährkampfwaffen, Fernkampfwaffen. Es kommen allerdings noch die Karten dazu, die die Spieler unter sich verteilen, die man dann jeweils dann zuordnet. So, die Aufgabe ist klar. Jetzt ist nur die Frage, wo greift denn der Hai an, beziehungsweise was macht er? Dazu wird, und das schiebe ich jetzt einfach ein bisschen runter, werden solche Auftauchkarten verwendet. Und die Auftauchkarten, die werden einfach hier drei einfach angelegt, hier von A, B und C. Dann werden die Marke in dem Fall platziert. Das heißt, man schaut hier, okay, wo greift der Hai an? Er greift eventuell, greift er hier an. Er greift eventuell im hinteren Bereich an oder er greift eventuell dann hier an. Also recht einfach. Der Hai-Spieler muss sich natürlich überlegen, wo greift er an. Je nachdem nutzt er eine Spezialfähigkeit, um einen stärkeren Angriff auszuführen. Das heißt, er nimmt seine Marke und sucht sich einen dieser Marke aus, legt ihn verdeckt auf seine Karte und hat damit seine Aktion auch erfüllt. Aber die anderen Spieler müssen sich dann überlegen, wohin sie gehen. Sie können sich natürlich auch bewegen auf benachbarte Felder. Es sei denn, sie sind im Wasser, dann brauchen sie alle Energie wieder, um an Bord zu gehen. Aber sie haben unterschiedliche Möglichkeiten. Zum Beispiel entscheidet man sich natürlich abhängig von den Gegenständen, die man hat, ob man stehen bleibt. Zum Beispiel der A-Spieler bleibt stehen und sagt, Nein, ich mache hier eine Nahkampfwaffe mit einer Machete. Möchte ich hier schlagen, ich tippe drauf, der kommt hier raus. Ja, der schwarze Spieler, der sagt einfach, Okay, ich habe einen Baseballschläger, ja, ich tippe auch drauf. Ich bleibe aber hier einfach stehen. Und der Spieler sagt, na, ich schaue mir das lieber von der Entfernung an, aber ich nehme meine Fernkampfwaffe in dem Fall. Das heißt, er hat ja ein Gewehr und schießt dann auf dieses Feld. Und jetzt merkt er, uh, das ist schon ein bisschen schwieriger, was da hier nämlich passiert. So, das ist das Erste. Und dann wird natürlich aufgedeckt das Plättchen, je nachdem, wo der Hai dann zum Tragen kommt, je nachdem hier, weil er jetzt das Plättchen B genommen hat, wird es dann ausgeführt. So, jeder führt natürlich seinen Angriff aus. Das heißt, hier, der schießt auf jeden Fall hier auf dieses Teil. Er hat ja auch das Gewehr. Und dazu nimmt er die Würfel. Mit einem Gewehr natürlich nimmt er zwei Würfel. Es kommt auf jeden Fall ein zusätzlicher Schaden. Aber diese Summe, die hier erzielt wird, das heißt, uh, diese 5, wird natürlich von dem Feld noch abgezogen, wo man dann steht. Das heißt, es ist ja hier das B. Das heißt, es wird auf jeden Fall eine 2 noch abgezogen. Also 5 minus 2 ist 3. Und dadurch, und deswegen kommt auch diese Rückseite zum Tragen, wird hier der Wert abgetragen. Das heißt, der Hai ist schon verwundet worden. Er ist erst auf 3. Das heißt, deswegen auch hier dreht ihr das um in dem Fall. Und der Hai in dem Fall, ja, mit 17 Schaden, beziehungsweise höher als 17, ist ja dann tot. Und dann haben die Spieler gewonnen. Ja, aber der Hai, der wehrt sich. Der wurde ja angegriffen. Jetzt wehrt er sich natürlich auch. Und abhängig davon, ob er Spezialfähigkeiten gespielt hat, würfelt er natürlich auch in seinem Zug, ganz klar, mit einem Würfel. Und er versucht natürlich auch, Spielplan-Teile hier umzudrehen. Und man sieht ja, was hier benötigt wird, um je nachdem das komplette Teil aus dem Verkehr zu ziehen, also dass es untergegangen ist, oder dass zumindest mal ein Teil umgedreht wird, abhängig vom Schaden, der hier hinzugefügt wurde, sodass das Plättchen dann einfach umgedreht wird. Jetzt ist es einfach. Jetzt braucht man ja auch nur noch einen Schaden, um dieses Planteil ganz rauszunehmen. So funktioniert das Ganze. Auch jetzt wirklich in Kürze euch mal gezeigt, was ihr für Optionen dann habt. Natürlich gibt es hier noch viele Möglichkeiten, die ja dann noch dabei stehen, was man machen kann in dem Fall. Man muss darauf achten, was mit dem Gewehr ist. Hat man Munition? Weil je nachdem kommt das Gewehr dann raus. Ihr habt natürlich mehrere Möglichkeiten. Beim Hammer zum Beispiel wird dieser Wert dann gar nicht gezählt. Also da sind sehr, sehr viele Details, die ich jetzt allerdings an dieser Stelle einfach euch aus Kürze jetzt erst einmal weglasse, weil ihr sollt einfach ein Gefühl bekommen, was denn hier gemacht wird. Das heißt, in der nächsten Runde kommen wieder die Karten weg. Es kommen wieder drei neue Karten nach. Und dann entscheidet natürlich der Hai-Spieler, wo gehe ich, auf welches Feld gehe ich. Die Spieler überlegen, wo geht der Hai wohl hin? Welches Teil greift er an? Weil je nachdem kann es auch sein natürlich, dass ein Spieler, ein Besatzungsmitglied im Wasser landet. Und ist da der Hai, weil er gerade da angegriffen hat, dann hat der Hai natürlich noch die Möglichkeit, diesen Spieler anzugreifen. Und deswegen gibt es auch hier eine Leiste, hier auf der Seite, wo dann gewürfelt wird. Der Hai-Spieler nimmt also einen Würfel und fügt dem Spieler, und deswegen gibt es auch weitere Marker, hier einen Schaden zu. Und hier bei größer als 5, also bei dem Wert von 6, in dem Fall ist der Spieler weg. Und so sind nur noch die restlichen Spieler hier vorhanden. Das ist also die Möglichkeit, wie man einzelne Mitglieder dann töten kann. Wenn man jetzt quasi noch nicht am Schiff dann fertig ist, aber hier auf die einzelnen Spieler dann losgehen möchte. Natürlich ausgehend vom Hai-Spieler. Das war in Kürze der zweite Akt. Ich hoffe wirklich, es war euch nicht zu schnell oder auch nicht zu kurz, aber es soll nur ein Überblick sein. Und ich glaube, mit diesen Infos können wir auch jetzt schon zu einem kleinen Fazit übergehen. Ja, sicherlich war es dem einen oder anderen jetzt zu schnell oder zu kurz, je nachdem, wie man es auslegen will, was den Bereich dann angeht. Ich wollte euch aber einen Überblick hier zu dem Spiel verschaffen. Ich habe aber überlegt, mit Gameplay-Sequenzen das Ganze zu bestücken. Hab dann auch das mal gedreht und hab dann gemerkt, das geht dann doch ein bisschen zu lange, weil man dann doch etwas, gerade beim ersten Teil, so eine Downtime hat, wo man einfach sagt, hm, dann könntest du da sein. Moment, da nehme ich das Fernglas. Und der geht erst mal hier in das Fass. Nee, dann musst du da sein. Moment, du hast drei Aktionen. Und das hätte sich dann doch in die Länge gezogen. Deswegen habe ich mich jetzt einfach für die kürze Variante entschieden. Ist ja quasi auch schon das zweite Video. Das erste ist auch richtig knackig, wo ihr einen Überblick bekommt. Aber ich glaube, die Art und Weise reicht euch hoffentlich, um euch ein Bild über das Spiel machen zu können. Was die unterschiedlichen zwei Teile angeht, ihr könnt es auch separat spielen. Macht für mich aber gar keinen Sinn, weil der zweite Teil knüpft ja an den ersten an. Da zeigt sich ja, wie gut oder schlecht man als Highspieler ist, was man da noch zur Verfügung bekommt. Und deswegen lohnt sich das Ganze in einen Rutsch zu spielen. Wir haben aber oftmals auch den ersten Teil ein paar Mal gespielt und sind dann einfach gesagt, okay, jetzt gehen wir an den zweiten Teil über. Das bleibt natürlich euch überlassen, aber streng genommen spielt ihr eigentlich beide Akte durch. Und dann kann schon das Spiel so 60 bis 75 Minuten dann dauern. Ja, die beiden Akte könnten bunter und unterschiedlicher sein. Das Ganze erinnert, wiederhole mich jetzt nochmal ein bisschen an Scotland Yard, allerdings sind die Aktionsmöglichkeiten doch sehr gering. Aber das waren sie auch bei Scotland Yard, da mache ich auch nicht viel. Da ziehe ich, da fahre ich mit dem Taxi und dann ist es gut. Ähnlich ist es hier. Das heißt, je nachdem, was man für eine Person dann übernimmt, der Highspieler zieht man und wartet dann einfach ab, was die Mitspieler machen. Und man dreht Däumchen, kann erstmal eine Weile gar nichts machen. Ja, ist bei anderen Spielern genauso, weil da muss man erstmal schauen, wie die anderen Spieler überlegen und wie sie sich absprechen. Zu zweit ist, was den ersten Akt angeht, das durchaus gut spielbar, auch mit drei Figuren. Das haben wir auch ein paar Mal ausprobiert. Das ist durchaus machbar. Es ist eher ein Problem, zu viert das Ganze zu spielen. Das haben wir nämlich auch ausprobiert, weil, ja, in dem Fall, der ein oder andere macht dann doch sehr wenig mit seiner Rolle in dem Fall. Okay, ja, du kaufst jetzt ein Fass, lieferst das ab, das war's. Oder der eine sagt, ich hole mir das Fass, wirf es jetzt ins Wasser, das war's. Also, die Möglichkeiten, gerade wenn ihr mit mehr Spielern spielt und die Rollen natürlich verteilt, ist natürlich noch geringer. Zu zweit habt ihr dann doch mehr Möglichkeiten, weil ein Spieler einfach mehr Rolle übernimmt. Und das kriegt er auch hin. Habe ich am Anfang auch gedacht, hui, ob der das hinkriegt zu zweit. Das habe ich jetzt aber mehrfach probiert, auf beiden Seiten zu spielen. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Als Haispieler hat man natürlich schon durchaus die, wird durchaus schnell erkannt, hatten wir auch in zwei Runden, dass wirklich nach zwei Zügen, zack, der Hai in dem Fall erkannt wurde, weil man einfach zwei Fässer da reingeworfen hat und zack, hat's geklappt. Da muss man natürlich schon schauen, wie man mit seinen Spezialfähigkeiten umgeht. Und die sollte man durchaus nutzen. Gerade, wenn man vielleicht noch nicht so viel Spielerfahrung hat, was dem Bereich ankommt. Also, der erste Teil war durchaus, ja, schmackhaft, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Der war dann schon, wo ich sage, ja, teilweise sind wir doch auf unsere Kosten gekommen, was den Spaß angeht. Aber es gab auch Runden, muss man auch ganz deutlich zugeben, die waren sehr mau. Und das war insbesondere, und jetzt ziehe ich es in den zweiten Teil, beim zweiten Teil der Fall. Weil am ersten Teil, der Elias hat es ja auch ein paar Mal gespielt. Ersten Teil hat er noch gedacht, ersten Teil, oh, kann ich mal so schlecht, ganz witzig, machen wir gleich nochmal. Aber spätestens im zweiten Teil, da geht jedem Licht auf. Zumindest bei uns war das bei allen so, auch bei mir, wo man gedacht hat, was ist denn das? Also der zweite Akt war dann doch sehr, ja, an den Haaren herbeigezogen. Also da ging der Spaßfaktor wirklich ganz nach unten. Und das ist auch ein Teil, wo ich sage, da würde ich es eher nicht empfehlen, das zu zweit zu spielen. Weil, ihr habt es jetzt gemerkt, ich habe mich in Kürze gefasst. Ich habe noch zwei Waffen, zwei unterschiedlich. Ich habe verschiedene Aktionsmöglichkeiten. Ich muss überlegen, wo ich mich hinbewege. Je nachdem muss ich natürlich schauen, habe ich noch weitere Waffengegenstände, aufgrund von Teil 1, weil wir so gut oder so schlecht gespielt haben. Und dann liegt hier eine Riesenauslage an Karten, je nachdem, 10, 12 Karten locker. Und ich muss überlegen, wo ziehe ich hin. Wobei, ja, ich ziehe das hin, lege einen Marger drauf. Und tippe einfach mal, dass der Hai dort kommt. Vielleicht kommt er, vielleicht kommt er nicht. Also alles ein bisschen Haarsträuben in dem Fall. Und Spaß hat es wirklich auch nicht viel gemacht. Und doch, doch sehr glücksbetont. Beim ersten Teil überlegt man doch, ja, ist der dort, kommt, wir setzen da mal ein Fass hin, falls er da durchschwimmt, dann zeigt er sich erkenntlich. Und im zweiten Teil, oh, der wird gewürfelt. Entweder klappt es oder klappt es nicht. Und da hatten wir auch eine Partie, wo wir gedacht haben, ja, der Hai hat so gut wie gewonnen in dem Fall. Und dann gab es noch wirklich ein Teil, wo die Besatzung wirklich so klampfest an dem Teil saß und gehofft hat, dass wir jetzt gut würfeln. Und dreimal waren die Würfel wirklich glückselig, an oberster Stelle Volltreffer. Und dadurch ist der Hai am Schluss auch eher in dem Fall gestorben, so nenne ich es jetzt einfach mal. Und dadurch haben die Besatzungsmitglieder gewonnen. Ja, das ist schwierig. Also es ist echt schwierig. Und da war man dann wirklich bei dem Punkt, wo man gedacht hat, also, ist es jetzt noch gut reizvoll in einer gewissen Art und Weise. Natürlich, der Film ist ja auch sehr speziell. Natürlich auch das Spiel richtet sich natürlich auch an unterschiedliche Zielgruppen. Ist sicherlich auch nicht jedermann der Fall. Aber letztendlich war es spaßmäßig. Insbesondere, was mir dann nach Teil 2 gesehen hat, wirklich so, dass ich sagen muss, keine Empfehlung, was das Spiel angeht. Es hat, ja, erst einmal die Altersangabe ab zwölf Jahre. Es ist also kein Spiel für Familien. Auch wenn ich es euch jetzt versucht habe, oder ich hoffe, ist einigermaßen klar geworden, was ihr jetzt hier machen müsst. Es steht alles gut in den Regeln dann drin, aber die sind schon etwas umfangreicher, wenn man sich das Ganze überlegt, dass das vielleicht auch Familien spielen können. Das heißt, wir haben ja hier den ersten Akt in dem Fall, mit den etlichen Aktionen und Möglichkeiten, natürlich viel Fließtext. Ob man das einer Familie zumuten kann, das ist schon grenzwertig. Hinzu kommt natürlich noch ein zweiter Akt, nochmal mit vier, fünf Seiten Regelwerk, mit weiteren neuen Aktionen. Da steckt schon einiges dahinter, was den Bereich dann angeht. Gut, der Elias mit seinen acht Jahren hat es gespielt, aber der hat auch viel mehr Spielauffahrung und der war recht schnell drin, weil man ihm natürlich durch die kooperative Spielweise, wenn er Besatzung mitgespielt hat, ihm auch helfen konnte, ein bisschen, sodass er schnell drin war. Aber er hat auch die Highrolle übernommen, aber da hat man auch relativ schnell gefunden, weil man dann doch einiges taktisch denken muss. Also Altersangabe 12 passt auch, ist sicherlich auch dem Thema ein bisschen geschuldet. Aber Zielgruppe der Familie ist es auf keinen Fall, dann ist es für mich eher ein Kennerspiel. Ja, und ob die geübten Familienspieler hier zugreifen, halte ich mal auch wirklich sehr für fragwürdig, weil dann doch sehr viele Elemente dabei sind, die entweder belanglos sind oder an den Haaren herbeigezogen sind, um das jetzt nochmal zu sagen, oder einfach zu viel dem Glück und dem Zufall überlassen sind. Und hinzu kommt, dass man teilweise wirklich nicht allzu viel macht. Hängt natürlich auch wieder von der Spieleanzahl ab, was den Bereich angeht. Wie gesagt, 1. Akt können wir gut zu zweit spielen. Der 2. Akt, ist der wieder ein bisschen schwierig zu zweit zu spielen. Also probiert es je nachdem einfach aus. Vielleicht habt ihr auch das Spiel schon gespielt, dann könnt ihr gerne mal die Meinung dazu kundtun, was ihr denn von dem Spiel haltet. Aber ich muss sagen, am Anfang, wo es mir erklärt wurde, wo ich auch das erste Video gemacht habe, in dem Fall auf der Messe, habe ich gedacht, ja, schaue ich mir an. Klar, spezielles Thema natürlich, mag nicht jeder natürlich, absolut klar. Entweder man mag sowas oder man mag es nicht. Aber wenn man das nicht mag, allein mit Weisenheit, dann schaut man sich das Spiel sicherlich nicht an. Dann gibt es auch andere Spiele. Aber ich habe schon gedacht, ja, klar geht schon eine gewisse Scotland Yard-Richtung über. Schaue ich mir gerne mal an, was der Mechanismus zu bieten hat, weil es ja insbesondere auch sehr thematisch sein soll. Und das ist es ja auch. Es ist sehr thematisch. Es orientiert sich natürlich sehr an diesem trashigen Film, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also schon sehr speziellen Film, der sehr erfolgreich ist nach wie vor. Aber es hat mich am Ende beziehungsweise uns nicht überzeugt. Und auch, wo ich am Anfang gesagt hätte, der Inez hat es ein paar Mal gespielt in dem Fall, was den ersten Akt angeht. Aber im zweiten Akt hat er schnell die Schnauze voll gehabt. So nenne ich es jetzt einfach mal. Es hat ihm einfach gereicht. Und es war bei mir so, dass der Wiederspielreiz beim zweiten Teil doch sehr gering war. Und jetzt stellt sich die Frage, spiele ich das Ganze dann nur wirklich im ersten Teil? Und dann auch abhängig natürlich, das Spiel kann übrigens nach fünf Minuten fertig sein, haben wir auch schon gehabt im ersten Teil. Das heißt, man baut auf, nach fünf Minuten das Spiel fertig, weil man den Hai gefangen hat, beziehungsweise die Fässer geworfen hat, dann ist das Spiel rum. Das kann es doch nicht sein. Also da war ich dann doch ein bisschen enttäuscht. Und das kam bei uns sogar zweimal hintereinander vor, dass wir innerhalb von fünf Minuten wieder aufgebaut haben, wieder komplett neu angefangen haben. Auch der Hai-Spieler war durchaus clever, aber mir einfach durch Zuordnung einfach gewusst haben, es kann eigentlich nur da und dort sein und haben es riskiert. Und zack, haben wir getroffen. Und das kam zweimal vor und das ist schon wirklich ein Thema, wo ich sage, ach, nee, da gibt es andere Spiele, bessere Spiele. Und eigentlich mache ich ja immer am Schluss die Werbung, dass ich sage, schaut mal in die ungenannten Links, da könnt ihr uns unterstützen und dieses Produkt auch kaufen. Ihr könnt aber auch andere Produkte kaufen. Es gibt bei Weitem bessere Rahmens-Beugerspiele. Muss auch mal sagen, aber das muss auch gesagt werden. Ihr wisst es, ehrliche Meinung ist es ganz wichtig und wenn mir ein Spiel nicht gefällt, dann sage ich das auch. Wenn es euch aber gefällt, dann haut es bitte in die Kommentare. Dann will ich wissen, was denn der Reiz ist bei diesem Spiel, warum ihr das so oft spielt. Ja, oder was ihr zu den Punkten sagt, die ich jetzt hier erwähnt habe. Also gebt mir ruhig ein bisschen Konter. Ihr könnt aber auch gerne schreiben, habt die gleiche Erfahrung gemacht. Würde mich auch sehr freuen, aber mit dem Spiel komme ich irgendwie nicht klar. Ja, verstehen durchs auf jeden Fall. Gespielt haben wir es oft, aber es reicht jetzt auch, um das so oft gespielt zu haben, um das Video zu machen in all der Kürze. Das war es auf jeden Fall von der Weißen Hai. Also bei uns ist der eher untergegangen. Das waren alle Infos. Ich sage Tschüss, danke, macht's gut, bis bald. Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.